Ich verstehe das mit dem Einfangen immer noch nicht so ganz, aber okay. Ach, ihr seid am Fässer schmeißen. Ah, er wendet, ich geh wieder ins Event runter. Jetzt wird, jetzt wird wach. Ah, er ist wach. Cool. Was ist denn was für die Wendung? Eiersuche! Ach, nö. Such mir deine Eier. Erst die Leber, jetzt noch Eier. Ja. Immer schön der Reihe nach. Mmm, Wurmeier schmecken. Absolut. Hat er gerade gesagt. Ach so. Das schaut bestimmt köstlich. Sie können sich die Eier selber holen. Die Gerichte aus Wurmeier schmecken zwar nach Aas, aber sie riechen auch nach Aas. Das ist so ein geiles Gespräch. Der Typ ist mir jetzt schon sympathisch. Der ist wie du. Was? Das hat mir immer gedauert. Das hat mir immer gedauert. Tick dies. Lalalalalalala. Warum werden die bei mir nicht wach? Warum werden die nicht wach? Die werden nicht wach. Die wollen nicht wach werden, wenn ich sie mit Wasser bespritze. Naja, die penne ja auch. Die Penner. Dann winke ich nochmal Hallo. Blubububub. 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 Oh Gott, ich hab's. Nein. Blöder Hund. Der Hund. Naja, dann hol ich mir jetzt ein Fass von unten und dann renne ich ganz schnell weg. Die Geister der Wildnis fangen euch. Tralalalalalalala. Tralalalalalalala. Du bist echt nicht mehr ganz glosbar. Weiß. Gefrorene Wasser. Ich warte jetzt bis es erwähnt wird. Oh. Ich muss hier weg. Du musst noch hier weg. Und eins. Und zwei. Und keine Schlägerei. Eine Bauer hat immer zu tun. Und eins. Und zwei. Und keine Schlägerei. Das Bayonese ist auch ein Instrument. Nein, Meerrettich ist auch kein Instrument. Und Ketchup. Zehn Folter Instrumente. Wer hat denn das nochmal gefahren? Ach ja, Plankton. Ja. Irgendjemand hat mich grad gebufft, das ist praktisch. Gebuft. Gebuft. Ich wurde gebuft. Hallo. Hallo, Tabagina. Ja. 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 Oh nein. Oh ja. Oh ja. Er ist ohnmächtig. Ich hab hier unten noch ein Herz. Das prob ich mir jetzt. Irgendwie. Er ist mächtig wie Ohn. Er ist mächtig. Ich bin mächtig. Ich bin mächtiger als Macht. Schlimmes. Ich bin erst Level 10. Ich bin hier voll unter Level. Das ist voll dumm. Aber du bist am Aufsteigen. Das ist... Oh Gott, Hilfe. Oh, hier hat's noch ein Event. Ich brauch nur noch einen so'n Typen. Diesen einen. Ich brauch den einen. Diesen einen. Nein. Schatz. Das Herz geht einfach nicht voll. Das ist echt. Und jetzt müsste ich's haben. Ja. Oh, Halleluja. Wie? Jetzt rennt der weg und ich kann ihm das Fass nicht geben. Will er mich verarschen? Mir gibt's ein schlechter Event. Ich brauch Hilfe. Wir müssen den Hüttenzauber beschützen. Kann ich das nicht nochmal anders hingeben, das Fass? Das kann aber nicht angehen. Hier, nimm du das Fass. Oh Gott, was mach ich jetzt mit dem Hüttenfass? Hbleas. Holalonalonalon sai. Hbleas. Hilfe. Hufe. Das zieht auf, wenn man die Würmer tosest. Wenn man sonst sag's das fell Engineer. Bitte gute wer müsste. Bitte mehr Würmer, mehr Würmer, mehr Würmer. Wärme, wir-wärme. Wärme-wärme, für-märme. Fimm möglich. Wir müssen zusammen mit auf dem Hüttenfass. Fünf einmal mit Mama. Zwei für dich. Huh? Dort hat combinations mit Gebärchen und tritt. Dein Hilfe. Alles töten, alles töten! Seht ihr, so bin ich zu euch, so ein Arsch! Oh come on! Will die Würmer da einfach mal stehen, obwohl sie schon tot sind? Ja, das ist sehr verwirrend. Ja. Weil ich auch nicht weiß, wo genau ich dann hinziehen muss. Ja. Ich hab das Herz voll, yay! Cool. Ich glaub, so hab ich das am letzten Mal auch geschafft. Ja, ich auch. Das Event kam genau zur richtigen Zeit. Ja, das ist ja das zweite Mal. Das Event weiß man am letzten Mal auch. Hier unten wäre übrigens auch noch ein Event für ein Herz vollzukriegen. Achso, du bist ja ganz woanders. Ja! Ihr seid an diesem Herz hier vorbeigerannt. Dann dachte ich... Doch! Vielleicht hab ich's auch nur mit Absicht übersehen. Ich will mir erstmal schnell meine Erfahrung annehmen. Warum hat ein Burm Stiefel bei? Ähm... Ich weiß, was er schon gefressen hat. Willst du das wirklich wissen? Nein, eigentlich nicht Gold! Gold! Gib mir all dein Gold! Gib mir all dein Leber! Alte Leber! Alte Leber! Gib mir alter Leber! Gib mir alte Leber! Yeah! Ich hole mir mal den anderen Teleporter da oben. Okay, der Teleporter ist ziemlich weit weg. Ja, du redest zu mir. Ich rede zu dir. Ich kann in deine Seele schauen. Du brauchst Katzengras. Oh, ja. Gras. Warum greift mein Bär in den Ochsen an? Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nicht. Nur ein bisschen. Das stört alle Angst. Ich habe doch vorhin gesagt, da ist doch ein Herz. Und ihr rennt einfach weiter. Das habe ich gesagt. Ich war hier. Ich habe doch gesagt, hallo. Nein, 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 das war ich. Alter, der stört. Nee, ich brauche Hilfe. Ich habe hier schon die Hälfte gemacht, deswegen war ich verwundert, dass wir einfach weggehen. Ich habe auch schon die Hälfte gemacht. Komm, du kannst helfen, bitte. Ach, egal. Hilfe. Willst du? Bist du. Bist du? Dort. Au. Der schießt mir in den Po, Mann. Gleich nicht mehr. Gleich hat er andere Probleme. Ich bin einfach noch zu. Event war erfolgreich. Das Event war erfolgreich. Jetzt muss ich nur noch irgendwelche Anzeigen. Der Verderbnis. Aha, ein Blaubeerbusch. Der ist bestimmt verdorben. Ich glaub nicht. Aber hier drüben hat es ein paar Böse Böse. Hier ist keiner, der Rüstung repariert. Betrug. Bö-sch-mu-ss- Bö-sch-mu-ss- Ja. Bösch-mu-ss- Bösch-mu-ss- Anzeichen von Verderbnis. Ähm... Joa. Was haben wir denn hier so? Hier unten! Das ist doch alles schön. Da unten ist so... Ich renne dir Katze hinterher. Da ist mir auch noch was übrig zum zuhauen. Na, da kommen wir zu spät. Na, es ist tot. Es hat noch. Es hat noch. Komm, lass das den letzten Typen sein. Oh, Fug! Fug! Du übrigens siehst halb. Ja. Da muss ich noch einen Gegner kaputt machen, dann bin ich weg. Einen Gegner kaputt! 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 Wo ist denn noch ein Gegner? Also der Moa ist bestimmt kein Gegner. Nee, der ist weiß. Der ist nicht verdorben. Der ist noch frisch im Saft. Der steht noch frisch im Saft. Oh, da haben wir wieder ein Event. Da kriegst du sicher was gekillt. Ja. Wenn der den Graus Stamm untersucht. Ja, da wird sicher gekämpft. Ich muss auf jeden Fall mal nachher noch ein vernünftiges, also ein anderes Oberteil kaufen. Habe ich beschlossen. Hm. Achso, hier geht's los. Oh. Ha, voll dann vorbeigerannt. Oh, ja. Oh, ja. Takt. So. Schon seit ne Stunde am Stream, what the fuck. Ja. Die Zeit vergeht, ne? Aber es macht so Spaß mit heut! Definitiv! Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nicht. Was? Das ist ja die Mobberin! Der abonniert sie! Oh. Na ja, das hat ja eh keiner mitbekommen. Ja, bestimmt. Und wenn ich sowas sage, ich meine ich eh nie End. Ich weiß. Warte so, der abonniert Kat abonniert mich. Nein, nein! Der abonniert Zocker-Andy. Der hat uns gelohnt. Waaaaaah! Was? Ist das nicht mal aufgefallen, umso mehr Action hier los ist, desto verrückter und bekloppter werden wir? Ein bisschen. Das kann sein! Minimal aber auch nur. Warum greifen wir alle die Moa an? Der hat uns so gar nichts getan. Weil jeder sein Fleisch will. Oh! Alles gut, Elementare. Ich hab das Herz von Bündnis und Brauch gespielt. Oh! Ach ne, nicht schon wieder die Rüstung. Das machen wir nicht. Doch ich bleib bei dir. So, jetzt müssen wir wieder draufhauen. Ach, schon wieder. Vielleicht wird's ja jetzt geht's reger. Ja, vielleicht. Wir alle schon draufhauen und gar nichts passiert ist. Ja? Er redet ja noch von Maden. Jetzt können wir. Mit einer Madel. Wie schneiden, wie wir eigentlich gar nicht treffen können, weil da viel zu viele Leute dran rumstehen. Wir schießen einfach ruhig. So. So, fertig? Wirklich? Na, nein. Vielleicht darf man das Event nicht machen. Ach, Mann. Vielleicht kommt dann erst der Wun. Man muss das Event also verlieren. Der hat grüne Haare. Ja. Alter. Heißt der zufällig Andy? Nee. Ich habe blaue. Ich habe blaue. Naja, vielleicht will er dir schon zeigen, hey, das wird dir auch stehen. Nee, ich hab meine Haare nicht grün. Nein. Nein. Grün lässt einen... Man sieht so aus, wie sie waren. Grün lässt einen irgendwie immer so krank aussehen. Das ist ganz komisch. Ja, das kann sein. Naja, man ist ja auch meist grün im Gesicht, wenn man krank ist, ne? Warte auf mich! Ach nee, das ist... Hä? Was denn? Ja, okay, er geht eh da hin. Das geht jetzt wieder da rum. Ach. Das ist ja ein Egomane, wahr? Ja? Die abonniert Reif! Jaaaa! Jaaaa! Hm, hier ist ein bisschen was los. Daran könnte ich mich gewöhnen. Woran? Kaffee trinken und dann immer... und dann erst mit der Hunde GW spielen. Yeah! Hauptsache der Kaffee. Ohne Kaffee geht nicht, ne? Nee, ohne Kaffee ist eklig. Ja, ich trinke auch keinen Kaffee. Ja, du bist eklig. Ey, kein Kaffee geht's noch? Ich trinke nur Wasser. Gut, das ist auch gut eigentlich. Den brauche ich irgendwie auch nicht. Aber ich bin nun mal Informatikerin und die brauchen Kaffee, sonst gibt es keinen Code. Sonst gibt es keinen Code. Nein, sonst gibt es keinen Code. Ich muss auf jeden Fall nachher noch Firmwilder aufnehmen, gerade es ist Gott sei denn nicht so beuglich. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar... Ich müsste auch... Sonst machen wir mal eine Guild Wars Pause nachdem es geil gegangen ist. Ja, ich müsste auch noch... Ich müsste auch noch... Ich glaube jetzt, was es Zombies aufnehmen, aber ich habe irgendwie... keinen Bock. Ich hab ja Lust, aber halt im Moment ist es halt immer so öh... gewesen. Das in Horstert musste ich auch noch machen. Morgen hätte ich sowieso schon wieder keine Lust darauf, weil morgen streame ich ja. So, was ist hier los? Ja, morgen ist Dienstag, stimmt. Ja. Ja, morgen ist Dienstag, Dienstag, Dienstag! Ah, 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 ah! Halt mich, halt mich! Ähm, gleich. Gib mir deine Leber. Äh, also ne! Ja, was? Ich muss dich mal einig machen. Das String hätte wirklich... Gib mir deine Leber, Saisenzu. Gib mir deine Leber. Oh Gott, ich bin gleich wieder tot. Ich fass es nicht. Ich bin tot. Das passiert im besten. Mach den Chaisolga tot, mach den Chaisolga tot! Ich sag Tod. Und wir haben ja noch nen Vetter. Wir sind noch nen Veteran von Sohn des Vaniers. Wie alles auf ihn drauf geht. Ja. Stell dir mal vor, das wäre in echt so. Alles geht auf dich drauf und du stehst dann nur so lalalalalala. Ich verlass das Gebiet mal ganz schnell, dass es mir jetzt so gut geht. Ja, bevor ich ausmach muss ich auch... Ahhhh, lauf! Lauf! Lauf kleine Dieben, lauf! Was denn? Ich stell mir das so vor. Wieder einer von den Söhnen Svanis hinter dir läuft und die Arme ausgeschreckt. Gib mir deine Leber. Oh nein! Ich hab nur so... Hier ist angeblich nen Baum. Ach hier. Angeblich? Guck, jetzt hacken wir alle auf nen Baum ein. Boom! Gefällt! 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 Darauf muss ich erstmal ganz eindeutig... Oh, tanzen! Yeah! Ich will unbedingt nochmal die Drehung sehen. Wir müssen das mal zu zweit machen, weil ich bin ja auch ein Mensch. Ja! Ja! Dann muss ich mit meiner Dienbien auch kommen, dann. Ich sag Mensch. Okay. Moment. Moment. Ich zäh runter. 3, 2, 1, jetzt! Ähm... Fail! Noch mal bitte! Das hat mich gezählt! So... Oh Gott! Du musst auch Hölzre tanzen! Du musst auch Hölzre tanzen! Lass ihn wohl! Okay. Jesus! Du musst schon blöd an. Guck! Okay. Okay, dann. 3, 2, 1, jetzt! Oh ja. Naja, fast synchron, wa? Ja. Fischen Asynchronität muss sein. Und der einfache anderer tanzt noch mit. Wir machen jetzt gleich voll die coole Drehung. Und... Ups. Und der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Wir tanzen den Wurm. Yeah. Und... Ups. Und jetzt kommt sie gleich, die Drehung. Und... Und... Jihah! Das sah eh nicht aus. Es ist so gut. So, ich würde jetzt aber außerdem machen wir den Stream aus. Also echt, ey, wie kannst du nur? Geh... Ähm... Geht mir Daniel. Ja. Also ich schalt auch ab. Auf Wiedersehen meine Nicht-Zuschauer auf Hitbox und meine Zuschauer auf Youtube. Ja, ich sag auch zu einem Zuschauer erstmal tschü. Tschü. Der hat sich hier voll eingeschlichen! Die Sau! Dann bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, ich hab die richtige Taste getroffen. Das wäre jetzt ewig auf die End. Hab ich, hab ich wirklich, hab ich wirklich.